so heute ist der große tag die gänse müssen jetzt raus hätte den spruch im gänsemarsch hier sieht man das funktioniert mit dem gänsemarsch immer schön im gänsemarsch jetzt geht's auf die weide so die ersten sind gleich soweit auf ins grüne gehört euch dahinten ganz weiter so jetzt geht's los jetzt haben sie entdeckt gänsefrei fuß mal gucken die nanos die passen auf und das ist hier für die keu kram tja wir mal sehen was passiert feo ist fleißig und das war eigentlich ihr eigentlicher stall mit isolierung und allem drum und dran